Du siehst in mein Auge und siehst den Stolz. Was ja eine vielleicht etwas längere Runde werden kann, können wir heute auch mal ein paar Themen und Sachen quatschen. Ui, ich habe einen coolen Spot. Ist eigentlich der beste, den du so kriegen kannst. Also für mich, weil ich immer zu, wenn ich am Anfang nichts Gutes kriege, laufe ich immer zu Jabba. Und Jabba ist halt genau da, 90. Und dann können wir gleich mal hier die beiden Kisten, oder ich denke mal nur eine kriegen wir. Aber wir haben den besten Platz sozusagen gekriegt. So, den Diamanten. So, da hat es nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Jetzt erstmal ein bisschen weiter, weg, weg, weg. Weil mit anderthalb Rüstungspunkten ist echt scheiße, am Anfang. Obwohl ich sehr gut aussehe, natürlich. Damit nämlich Gold sehr gut steht. Und ja, Freunde, ich habe mal wieder Bock, was ich immer so ansprechen möchte. Ich habe mal wieder Bock, einen Texturback-Livestream zu machen. Viele wissen ja, ich habe ja nur 0,5er Upload. Bedeutet, leider, ich bin nicht in der Lage, andere Spiele zu streamen. Ich würde voll gerne Minecraft mal streamen. Ich würde auch CSGO, ich würde FIFA streamen. Ich habe sogar eine Elgato, das würde sich einfach perfekt anbieten dafür. Aber leider will es das gute alte Internet nicht so. Aber wir können immer noch, wow, das Ganze so versuchen, ihn zu drehen. Also so gut, wie es halt geht. Und das ist halt ein Texturback-Livestream. Die halt auch sehr cool sind. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeischauen würdet, wenn ich den dann ankündige. Weil die sind immer recht cool. Ich mache halt sozusagen ein Texturback-Texturen. Und ihr könnt dabei zusehen. Wir können ein bisschen Q&A quatschen, labern. Keine Ahnung. Irgendeinen Scheiß machen. Und das Praktische ist einfach, ihr könnt mitbestimmen, wie ich was verändern soll. Ich würde dann mal sagen, ich mache das Zick-Zack-Pack 2.0 ein bisschen weiter. Da ich da im Moment noch nicht so weit bin. Wie habe ich jetzt so schnell die Rüstung gechanged? Das habe ich selber gar nicht mitgekriegt. Gut. Rüstungspunkte 6,5 ist okay. Steinschwert reicht. Wir haben Pfeile, 4 Stück. Dann können wir glatt ja mal in den L-Kampf gehen. Und es leben halt auch nur noch 16 Gegner. Das geht echt sehr schnell. Wenn du am Anfang nicht wegkommst oder irgendwie andere Probleme hast, dann wird es ja eklig. Ja, eigentlich ist es jetzt so wie eine normale 24er, ne? Also irgendwie, wenn du am Start kurz so zu Jabba läufst, dann ist die Runde schon halt vorbei. Gut, aber du wirst eigentlich, wenn du jemanden suchst, du findest eigentlich in der Mitte immer irgendwelche Gegner. Also, wie ihr sehen könnt. Jetzt habe ich den Namen gesehen. Ich schieße halt genau über seinen Kopf, ne? Sie laufen halt beide rein. Nice, danke für die Boots. Okay. Das war sehr close. Also, das war sogar dumm, dass ich das FNS ge... Also, ich weiß nicht, warum ich da so gefällt habe. Keine guten Hits platziert habe. Tür. So, eine Angel haben wir. Dann liegt da noch Rüstung. Okay, for Iron. Jawohl, ich kann Diamanten... Nein, ich bin zu blöd, immer den Spawn hier zu finden auf Tatooine. Ich... Muss nie an... Ne, ich schaff's bestimmt nicht. Ich bin da echt richtig inkompetent beim Spawn finden. Ich laufe sonst immer nach da, aber jetzt wäre das falsch, glaube ich. Hier. Jawohl. Meister. Wollte ich da Jute machen? War ja gar nicht so schlimm. Gut. Dearborn-Schwert. Nice. Noch ein Level wäre ganz praktisch. Gibt's wohl nicht. Sind ausverkauft. Also, wenn ihr Bock auf den Textual-Livestream habt, dann könnt ihr mir auch mal einen Kommentar schreiben. Einfach mal, yo, ich hab Bock, Basti, mach mal. Oder einfach mal ein Like geben, wenn ihr zu faul seid oder so. Also, nur dass ich sehe, dass ihr das auch wollt, kann ja sein, dass ihr überhaupt keinen Bock habt auf Livestreams. Also, mir macht's an sich halt Spaß. Aber wenn ihr da jetzt, sag ich mal, generell dagegen seid, dann kann ich halt auch nichts machen. Dann tut's mir leid. Aber dann können wir auch vielleicht auch eine andere Sache, also, ich will das, wenn auch, ich hab ja bis jetzt einen erst gemacht. Ich will den aber nicht so machen wie den letzten. Also, ich will nicht ein komplettes Textual-Back machen, weil das zu viel Stress ist für mich, weil letztes Mal sah ich dann 5,5 Stunden da und das Textual-Back hat mir am Ende auch nicht so gut gefallen, weil's dann echt am Ende ein bisschen hingeklatscht war, nur wenn man's halt fertig hinkriegt und dann den Donut-Link veröffentlichen kann. Also, so soll's nicht sein. Ich will einfach chillig, so, wie ich halt Bock drauf habe, da ein paar Schwerter, vielleicht ein paar andere Sachen noch editieren. So viel, wie man halt schafft. So, wie ich's halt normalerweise mache, nur dass es halt dann öffentlich ist, so. Es leben noch drei andere. Wir haben drei Pfeile nur. FNS ist ein bisschen. Die Map ist ganz okay. Ich würd sagen, ich guck mal, ob da jetzt ein Team ist. Die kämpfen gegeneinander. Und er verkriecht sich ein bisschen. Da ist auch ein Diaschwert in der Mitte. Und er hat sich das auch geholt, aber er hat keine Rüstung. Gut. Boah, geil. Ein Powerbogen. Alles klar. Der hat ja den anderen jetzt auch gekillt. Ich glaub das sind's. Alter, wie schlecht. Digga. Was ist denn das? Guck mal. Warum das... Er macht TNT und boostet mich dann mit der Angel weg. Wenn du TNT plantest. Das kann ja sein. Also ich fall da jetzt nicht so drauf rein, aber... Das ist halt einfach sinnlos, weil... Du willst ja, dass er im TNT ist. Und dann kannst du ihn nicht herausboosten. Ich hab keinen Bock auf diese... Komm. Auf... Aufritze, oder? Oh mein Gott. Was macht er mit dem TNT? Komm mal mit Schwert, dann kann ich dir was zeigen. Hm, was macht er wohl? Ein bisschen TNT. Ich bin ungefähr 20 Blöcke hinter ihm. Und jetzt plantet er TNT. Komm. Bestimmt macht er jetzt... Wow. Wow. Ein bisschen Cobweb. Jetzt holst du aber alles raus, was da ist. Oh. Fuck. Ja, okay. GG. Also am Ende war ich dann... Vielleicht ein bisschen überheblich, aber... Trotzdem. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein und ciao.